Wir sind heute zu lange. Das ist die kleinste Sektion von unserer Gemeinde. An der Aller Schule, die länger können sie auch an der Zeit sind, kann man erst so Dörfer und Dörfschol sind sie gerne. Die sind schon ein paar Jahre alt. Wir wussten nicht richtig, was man da mal sollte machen. Wir wollten aber eine super Architektur haben, die zu dem Dörfer passt. Wir sind ein Teil der 11 Gemeinden. Als Thema wäre es klar, dass wir von Anfang an das Projekt associieren. Das ist eine fantastische Idee. Wir haben viele Themen gravität, die im Süden zurzeit wichtig sind. Den Tourismus zusammenleben. Themen, die wir wollen zu entwickeln. Das ist wirklich eine riesige, flotte Initiative, die wir wollen. Wir sind insbesondere inspiriert von der historischen Kontext. Das heißt, wir haben auch den Korten benutzt, den Korten benutzt, die ein bisschen die Rögel rutscht, wie die Rögel rutscht, die Rögel rutscht und die Rögel rutscht. Es gibt auch den Fähigkeiten, dass der Jute an den Randonneur und eventuellen Cyklisten serviert werden. Das sind die Sportarten, wie wir. Wir haben uns vor allem, dass wir mit dem Fahrzeugen einstellen müssen, wie wir mit dem Spielzeugen finden, wie wir mit dem Spielzeugen finden, wie wir mit dem Spielzeugen finden können, wie wir mit dem Fahrzeugen finden können. Wir haben ein Programm sehr streit, zwischen 8 und 10 Lieds, Wir haben vier Wohnungen geschlossen, die Sanitärs auf Rätschauce und auf dem Etage geschlossen, und das alles in einem Gebäude, der sich festgestellt hat. Wir versuchen, in den Gebäude zu arbeiten. Wir versuchen, das zu viel rationalen, um die Sanitärs, wo die Sanitärs existierten, um die Köln der Rechnung zu finden, und die Schäden, um auch etwas sehr einfaches und concis, ein Kouloir zentral, die Chambres de droit à gauche, und das ist alles gut und einfach. Die ganze S2022, die ganzen Männernfeuers, haben weiter zu beidrauen, dass den Pro-Süd eine andere Charakteristik hat wie ihn hat. Die Univeau-Johrennummer ist vorgestalt, wenn man genug Substanz kann, um 4 zu 11 gemengen mit denen zu schaffen. Ich denke, das ist am Gangen sich zu ändern und die Pro-Südinnen, die in den nächsten 2-3 Jahren werden zu kommen, die hoffen auf die Fülle-Sphäre, die am Gangen sind, mit gemeinsamer Beschuldigung. Das lohnt in den letzten 2 Jahren durch die 21-22 mehr dynamische Stellen die beschmengend werden, wie alle jungen. Wir hoffen, dass dieses Projekt funktioniert und dass das Publikum der Bevölkerung gut geholfen wird. also untertitelung im Auftrag des ZDF. bei der